Yo Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute dachte ich mir einfach, ich will euch mal ein paar Weltrekorde vorstellen. Deswegen habe ich für euch einfach mal die verrücktesten Weltrekorde zusammengestellt, die ich gefunden habe. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dran und ich würde einfach sagen, fangen wir mit dem ersten Weltrekord an. 2008 stellte die Sportlerin Maren Zönker den Rekord für den schnellsten 100 Meter Hürdenlauf mit Schwimmflossen auf. Da frage ich mich so, wie kommt man auf solche Ideen? Der Brite James Brown hat anscheinend einen Fetisch für Staubsauger. Bei sich zu Hause hat der ganze 322 Staubsauger stehen. Läuft bei dem? Ebenfalls 2008 stellte der Amerikaner Joel Wall den Rekord für den schwersten Gummiball der Welt auf. Er brachte ganze vier Tonnen auf die Waage. Also nicht der Typ, sondern der Gummiball, ihr wisst schon. Der breiteste Mund der Welt gehört zu Francesco Domingo Joachim und misst ganze 17 Zentimeter. Er kann eine Cola-Dose in seinem Mund verstauen. Der Stuntman Danny Düsterhoff schaffte es, 2011 eine 120 Meter lange Strecke zu rennen. Brennend. Auch 2008 hat Anita Schwarz in den Rheinland-Pfalz den Rekord aufgestellt für die meisten Bierkrüge, die über 40 Meter weit getragen wurden. Dabei schleppte sie ganze 19 Bierkrüge auf einmal. Man muss sich mal ausdenken, wie viel sowas wiegt. Ein Maß samt Inhalt wiegt so ungefähr 2,3 Kilo. Wenn man jetzt 2,3 Kilo mal 19 nimmt, sind das Ganze 43,7 Kilogramm. Warum arbeitet die dann auf dem Oktoberfest und nicht als Bodybuilderin? Jetzt noch zwei Weltrekorde, die von Tieren aufgestellt wurden. Ein Hund namens Ossi schaffte es, in 18,22 Sekunden über ein 3,5 Meter langes Seil zu laufen. Das schaffe nicht mal ich. Die Zwergziege Happy stellte im März 2012 einen Weltrekord auf. Sie legte nämlich mit ihrem Skateboard eine Strecke von 36 Metern zurück. Ich habe euch unten in der Infobox mal ein cooles Video verlinkt, wo man die Tricks so ein bisschen sieht. Sie hat richtig was drauf, so eigentlich wie ein Hund, kann Pfötchen geben, kann aufstehen und sowas. Mega cool. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende der verrückten Weltrekorde angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne tun. Checkt gerne mein Social Media in der Infobox ab und dann sehen wir uns einfach nächsten Freitag. Ciao! Bis zum nächsten Mal.